ja hallo leute willkommen bei einem part von league of legends und so wie wir spielen heute katharina in der mitte mit teleport gegen oriana und dabei ist der schweizer mit lissin der peter mit leona hallo ja der dexu eisman mit astreal hallo und der razer mit nocturne im jahr du musst mehr auf mich eingehen ich bin der hauptgrund auf die deutsche baut einschalten wir spielen gegen jedes aneben noch nicht dass die das bin ich auch was wir jetzt nicht gegen orientieren ok und so die anderen glaube ich mal gern wenn sie überhaupt nicht ich bin so einfach drüber machst du ok in der Welt oder so und nachher und dabei und falsche masteries und weil nein masteries sind ok ich hab mir den keks mitgenommen weil ich will dass er mit teleport und äh der keks ist am besten für die early lane phase wir kaufen uns schuhe gegen oriana damit wir halt deren dodge abilities ich denke wir gehen jetzt in vain ich dachte ich dachte wir gehen nur in vain ja ich jetzt warum sollten wir in vain wir haben voll den europäer die damit wir haben achso irgendjemand hat mir grad erklärt wir gehen in vain ich hab mir jetzt wirklich in vain ich hab mir jetzt in vain ich hab mir jetzt in vain nein nein ja komm ich bin unterwegs also 30 sekunden bis zum erscheinen ok 1 zu 20 oder 1 zu 20 oder like it just wir haben uns schon unseren leeson her geholt ich hab jetzt mal nick you geskillt ja ich hoffe dass es gut ist ja ja echt echt ja der oriana weil deswegen wollte ich halt nicht in vain das macht eigentlich momentan jeder also eigentlich das geht auch ihr komm jetzt schnell zu meinen wölfen zu meinen wölfen razer fang doch beim rap buff an warum dann machst du den blue das geht schneller wir geben dir smileless mit der bot lane geht das schnell ok wir haben dir das jungler wo die ich hab den leiser und schon etwas leiser gestellt für euch ähm weil ich weiß nicht so ich rede eigentlich relativ laut also ich glaube ich muss noch ein neues mikrofon kaufen aber dauert dann noch ein bisschen weil du smileless gell ja wir geben jetzt mal das also die boten gibt dir einen smileless ich pull dir noch oh keine sorge durch meine passiven was so hey tons of damage tons of damage ja wir gehen jetzt hier mit lane gegen oriana ja mal gesamt ja es ist das bringt scheiß jahrius danke kein level 2 wir haben ein lasst verpasst lauf 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 du kriegst den du kriegst den auf ich bin kein level 2 weil bei der 1 gegen wasser passt oh no 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 bei der 1 ist der ding ist eigentlich nicht bei der stift eigentlich nicht neben dir stehen deswegen werde ich hab nicht level 2 du musst euch die geistern machen für kata sind die ersten paar level immer scheiße achten pass auf nicht so viel action du musst der 3 werden dann kannst du gut sein alter die wollen spieler aggressiv besonders gegen jetzt ist das nicht so nah ist wahrscheinlich gehen wenn du level 2 ist einfach auf der platte ich hab er selbst gespielt warum haben wir teleport damit wir halt besser rauben können die lanes ganken und dabei auch später lecker einfach pushen können und trotzdem in jedem teamfeld dabei sind oder backdoor mit katarina mit katarina so übelst wort jams über den nexus drüber die ganzen tassen voll wards und eine phantom center ah ja die orianna ist doch ein bisschen early action alter ich hasse darius ist er das ja warum sieht gleich aus zurzeit kann man eigentlich einen pulli der gut countert sein jeden lastet und nicht schlecht es kann problem es kann du hast den op peter dabei du kannst gar nicht die lane verlieren hoff ich it's impossible wir können jetzt vielleicht gleich live nur glück haben essen unseren cookie das dumme ist wir haben ad-ruhen dabei nicht die runde ich wollte die runde ich habe ich voll vergessen zu sagen ein zurück magst du die e oder die kuh die kuh die kuh die würde in den tower ich bin dabei mit ziemlich wenig leben naja das was ich läuft nicht den waldkampf dem ich wollte wohl wieder passiv raus aber egal ich dachte nicht dass die kuh so wie damage hat nicht entschieden aber ich bin nicht reingekommen da sie mich weggeschlagen hat nein nein ich wollte eigentlich noch ein Autotag haben dass das Ignite eben noch was bringt aber ich habe so viel Sex nach dem besten komme ich mal Top Gear wir haben wir heute so wird und ich komme jetzt auf den damit die ich den jetzt viel zuerst verliert weil er darf nicht er wird sechs werden bevor ich denke wir könnten da gehen jetzt wahrscheinlich und mir auch wenn es nur rauskommt wenn es eher nach einer Rätsel ich werde das wird ich kann nicht tun das da das ist scheiße möglich zu krassen ich habe ich habe ich fand da ist wirklich auch noch das ist klar da haben wir sie draußen das wird geflasht abgesehen war doch also werfen Wenn ihr Teleport dabei habt, solltet ihr versuchen, immer wenn irgendwo gegankt wird, um auf die Worte zu gehen. Warte, warte, wir haben keine Worte. Teleport halt. Braucht er eigentlich als Cutter den Blue-Buff? Erbursch ist gewordert. Okay. Ich hab den Keks. Tele und Speck, 1000 Gold. Ja, ich mach ein bisschen Hilfe, Torbenaldarius, wird mich einfach zerreißen. Oh, diese Lags, ey. Wir kaufen uns Insta die Zaubererschuhe, zwei Worts, vier Pots. Warum Zaubererschuhe? Leucht! Um die Skills auszuweichen. Sechst du dich? Das ist jetzt so eine Situation, wo wir zum Beispiel Teleport dafür gebrauchen. Komm, Baylet, kriegst du! Oder ich tecke. Das ist Zoppel. Ja. Nun hat da keiner, oder? Sieh, hier. Kommst du, kommst du, kommst du? Ja. Da komm auch noch weg. Für die Situation braucht man einen Teleport. War alles schon vorgeplant, war abgesprochen. Natürlich, wir haben das alles abplant. Ich glaub, schon in der Zeit, ich hab jetzt allein. Die wusste ich von vorher abgesprochen. Und wann wir ehrlich sagen? Einige sind wohlgekläckend. Einige sind wohlgekläckend. Hier ist wohlgekläckend. Einer, äh, wohlgekläckend ist draußen. Ich glaub ich hab, schon von rausgeholt. Weil die, weil die, weil die, sie war grad immer noch aktiv. Ja, man war gut. Die, weil die, sie war grad immer noch aktiv. Einige sind wohlgekläckend. also aufbleiblich kommen ich habe die Dario Scheiß höchstrasse Dario ich habe ihn gehabt aber nein die gleiche bis 6 er hat was sich draußen ja und erlernen und der Wartel ist es geworden das ist ja auch mal ein Alter er war zu hatten doch noch nicht kommen hat das ist ja und wenn er gleich über 6 das macht man doch dann geht weg und heute werden verletzt hat mich gekillt und dann hat er noch nicht es war ein zweites noch brauchen das ist das nein oder du nimmst mann ich extra sterben ich extra scherb versuchen ein heißer von dem auch hilfe zu bringen ja ich komm und ich geh jetzt weg und jetzt noch die Schlepper holger in den Ursch es gab es warum ich da gewordet habe ich kenne was einfach nur auf einfach mal die ulti geused damit sie aus der lane drücken halt das klingt als zweites unsere w jetzt gleich können wir die flaschen ich hab kein löser ja beim nächsten so kann ich vielleicht flaschen und schon wieder was will der ja ups ja und geht da lieber weg ähm schweizer ja ich will ihn beten hey da kommt wohl die wälder also der ist so dumm ich schwör dir aber ich hatte ich den beten natürlich ist war alles plant schon wieder da war ja was du aufhörer was auch gekommen schon ja ok passt nicht wie der mensch lief ist von den dinge wir gehen weg du tötest die fast lebensverzahlen den 2 Uhr er kommt vor allem gehen wir haben da kann es auch beckenen mehr wollen nicht schon gerade fast mit doppelt so viel zuerst gegen die jure ok der wohl in der Stattdichtung über begangen warum kommt nicht nur die Maske mehr leben mehr ab für die Lebensstattung ist halt nur die sehr gut weil sie sind drei basiert meiner Meinung nach auch jetzt mal ziemlich oft nur auf Leben der Leben auf dem Kind ist das ist einfach so die Alte sind auch ziemlich günstig für wenn gleich der Abort komponieren komponieren ich halte schon in der Sektung war von der Bekommission bohrte das war dumm das war weiter ich höre der Junge also wenn es noch mal top angehen können wird könnte es sind gleich gleich nach dem Rapport nicht um das war da da ist ja keiner wohl wie er es mit sich und lebeite die zu dir gut hast du geblokt die Ulti uh hätte ich nicht die Ulti geblokt wäre ich tot jetzt kann ich nicht top-lane ganken er macht gleich Ulti wenn du noch mehr Stacks drauf kriegst vom Bliggen ich kann man sie auch gerne sogar da jetzt macht er heute aber da hat er hat es vorgut das Leibwasser du macht er schon wieder und das hat er in der Ausrüstung und hat es nicht gekriegt und sind die Rechener die Welt aber da ist es noch nicht nicht keine ahnung ich bin so an der welt los wir bauen aus dem fähigkeitsbuch hier das wird den revolver mann die erste wo die bär kommt zurück auch scheiße wir tippen uns nach unten ich hab noch flash und bei der führung durch können wir auf den rach zu scheiße mit der mensch macht der boli bär das macht viel damit nicht bei der führung und es noch mal ein ist kurios du mal mit der alten er im nächsten stoppen aber ich habe scheiß haltet hast du die mit der ulti? ich hab ulti schießulti? ja, so 1 ja, uncool ich glaub sie wäre weggekommen wahrscheinlich nein wär sie nicht ganz schön ja ok, mach mal mitgehalten machen wir mag das jetzt nicht mehr jo, die Orianna hat ist eigentlich raus grad jo, deswegen nimmt man auch Teleport mit halt für solche Situationen auch im Ranked vor allem ja, Teleporto P Teleporto P ich hins aber auch nur mit gegen eine Easy Lane 2 Wards, 3 Pods jetzt sparen wir auf den Arapadons ja, und danach kaufen wir uns halt Stundenglas Raleys oder Lernstab das konnten wir aufs Game an wenn man gegen solche Champs spielt wie, wie würd's mal sagen Orianna, 6 wo man halt oft in den Nachkampf oder Akali würd ich ein Höllenzepter empfehlen ich habe mich entschieden ich liebe Scheiße Machen wir ein bisschen walk sonst, Orianna ist miss wir pushen mit versuch mich nicht zu sterben Toplane ich mach jetzt Red Buff ich brauch Red Buff bei Darius Achtung, Achtung da kann ich nichts ändern den zurückpauken ja ich bin jetzt on my way versuch mich einfach nicht zu sterben 60 Sekunden 60 Sekunden er wird den Tower machen geh weg 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 ok ok holt sich's draußen gut 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 das ist wie ein Stun hier ist er Oli Kuppeer komm wahrscheinlich hoch komm 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 ich hab gesehen dass der Oli Kuppeer da hochrennt also oder der ist hier ein Busch also tot Alter wie konnte es sich ich hab's hochpingen wie konnte es sich treffen bei mir geh rauf äh ich darf nicht durch die Kuh durchgelaufen warte warte 30 Jungs nix ey bei mir hast du voll daneben geschossen bei mir ist er durch die Kugel ich hab Heifers scheiße ey Oli Kuppeer ist Mitte ich will Tag Speed hat die Gott ja den nicht so viel Tag Speed so Joppy hat jetzt keine passive fast ich bin Wartling Gag oder jo lass uns hier lang gehen ah warum will ich sagen was war weg 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 just in time der Blue du bekommst ihn gern du bekommst ihn gern du bekommst ihn gern LOL der Gegner wurde getötet cool down cool down der Nunu macht mehr Schaden als die Wehen das ist toll ich hasse Fleisch ich komm nicht ran nix tanken ein shot ein shot ein shot cool ja deswegen Razor sollst du ein shot tanken ich hab ein Shot getankt ne, keine Ahnung ja, war jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen 100 Gold für Volibear ne, tauchen sie nicht mit großen Staben Diese Ultis, ja, diese Ultis Alter, ich liebe die Ulian-Ultis und zum zweiten Mal bin ich der gedocht 205 Kills Lalalala Ist nicht so tragisch Für mich schon Du sollst ja versuchen, oben mal zu helfen oder ich gehe da jetzt gleich mal mit Er geht zu unserem Blue Kann man da was machen? Ich kann nix tun, Otto Orianna kriegt den Du bist tot, oder? Ja, du bist tot Ja, der hat sogar die Knight gejustet Ja, hat doch die Knight Du bist tot Ja, der probiert der da Ah, der Flasch über die Wand Hast du da? 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 Ja, ich hab jetzt nur das ist 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 Ich hab jetzt mal ne um kein ist es ich habe es nun sechstes 7 6 die flasht sich die ganze Zeit aus meinen Ultis das ist ein Botter Nordrhein geworden wir haben wahrscheinlich da und da ist es ist wollen wir direkt machen und der Jungler ist nicht da ich mach ihm die Alter ich hab's ich hab keine Worte also da wenn ich komme dann mach ich da ein Gott jetzt schon erst mal der will über mir und wie sind wir sehr wir werden sehr gemein weil ich kann dann auch da bei mir steht und ich bei mir bleibe ich dann stehen und passiert nix ich kurz mal gehen ich habe mich entzündet und ist wettbewerb Achtung Achtung das ist nur noch nur so ein Abfang Wort hier und da ist die Mitte Wortländer es ist man kann wahrscheinlich von hier aber ich komme ich komme und die Hälfte links geht das warte noch halte durch ja es ist schon stirbst auch durch sagen achtung die kommersalz und aber wo leider riecht um 3 wenn 50 hp ich bin sogar ich habe ein bisschen auch so viel ich liebe das einfach das kass ist ich habe ich habe 2 CS weniger als Darius ich habe ich habe 390 CS weniger als Darius hey live lass mir fahren! so wir gehen weg wir haben 2700 Gold das heißt money 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 und ich sterb fast das ist traurig 2 Worts wir kaufen und bauen jetzt auf den Lernstab oder an Rileys ich überlegs mir noch weil das Game könnte noch in die Hose gehen das wäre deswegen wäre Tenkin jetzt nicht so schlecht will mich irgendeiner von euch umbringen sehr schwein ich gehe jetzt auf meine Lane ja wie alle wissen ah ja meine Kamera immer nur auf mir ist ja ich gehe auf meine Lane gerade ich poke Darius ein Level über mir ist ich versuche jetzt den 3 Viertel Tower zu deathen also ich poke jetzt gerade und Darius was zu machen also ich bin auch da 3 Level über mir ja ich habe meinen ersten Last GG GG go auf da diesmal treffe ich Ulti aha komm schon nein ich kenne das Topgank für euch ich mach sterbe komm schon komm schon da hat Amex gelb komm 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 cool gut ok komm 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 Schleie 3 Level über unsere gegnerische Bluboff ist da der gegnerische Bluboff das ist sick oh nee oh Diana hat ihn können wir da was machen kannst du im Tower kick ne oh oh push mir bot nicht und die sind alle weg komm Baylife 8 Baylife wo lieber das 12 1 ja schon wieder abgepackt ja ist der Ezreal da schon rennt er zu zurück rein zurück oh ja keine Lust mehr Hilfe denken wir einen Dragon Timer warte wenn das vielleicht unser Jenga macht so ich bin wieder da zurück Stunze 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 rausgeflasht ähm da kommen Gäste zu euch das war doof von mir da schon zu flashen mein ich will grad die Dragon Zeit schreiben auch immer resettet sich der Chat die ganze Zeit wir können dann über die Wand flaschen ich mache es gleich denn hier kommen paar Leute weil die Ball aber ich glaube ich bin zu zweit ja die sind gleich zu drehen um komm schon Uliger go go nice komm ich will dich auch noch du könnt' dich auch noch holen du könnt' dich auch noch holen Nocturne ulti dann sieht er nichts äh 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 also entweder hat er warum hat er mich so geslaut kann man das einer verraten Reddorf Reddorf und kleine Wee so lange sein Leben ja 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 hab ich jetzt auch gesehen okay ich bekomme Home Damage von Tower und Radius 3 Damage ich hab aber nicht gedacht dass das so krass load okay mach mal den gg ey lass mal hier warten schweizer lass mal hier warten schweizer komm mal her hier ist ein ich glaub ich glaub ich glaube irgendwie ach so ich werde der Dragonzeit schreiben das weiß was man weiß auch äh äh oder auch nicht wir lassen es im Reddorf ja komm Gottfarm muss sich auch immer holen ich kann nicht warten oh ich mein Wort genau was mein Wort Alter was machen die da? Alter was machen die da? ja das müsste es sein oh heute ist der getroffen jetzt haben wir da keine Dragon spawned in 3 2 1 genau jetzt und also wir sollten versuchen mal als Ruppe jetzt zu laufen ja da wurde es so aber das geht ich muss Puttel ender bei dem ich bin doch ich bin doch ich habe mich entdeckend mit der Roda nämlich die Wiener Schutz aktiviert 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 ja von einem wird schon uns verloren der beste Bild der Welt alt hat er nicht auf den schon heutzutage Schutz probieren Prozent und einer Welt er war mir ein Traum kompakt fbs-einbrüche durch das Ding jetzt aktualisiert sich tut mir leid Leute ja jetzt geht es aber wir haben alles gibt alle ich möchte der Beifel ist und hier werde ich denke nicht mehr das nicht war sein nur ein Blut eine rechte leidlich konnte ich dafür es leckt du bist Autor Antiviren Schutz pli ich glaube die Leute auch nicht mehr denken Gerd du kannst du das nicht so schön wie ich aber ich hab ja auch einen Monster-Lech-Shirt der Verstandbilder einfach ja ich auch äh ich glaube man Anti-Virenschutz ich werde es ja gleich nach der Aufnahme sehen ja ich kann mich da eigentlich nur für entschuldigen keine Ahnung ähm wirst du Blubberfarben? Anti-Virenschutz-Programm vielleicht ja Anti-Virenschutz-OP ja im Team hatte ich ein komplettes Standbild das war richtig dumm ihr könnt alle mal die Firma verklagen ja komm wir verklagen sie alle alle zusammen wir schaffen das ja Grund bei Life konnte ich wohl muss doch nicht kein Fenster keine Ahnung hab ich nicht keine Ahnung du hast nur Korn doch kein Fenster weil er noch kann eine Bekommung Nocturl und jetzt haben wir Warmorx Nein den hab ich bekommen den Bolivär komm doch ganz wichtig drauf kommen Leute das geht schon ich muss weg Kalti E-Lohrleiter der Fall ist Kaya Kalti E-Lohrleiter die Europäer kaltet ich habe keine Lust gegen DT überhaupt anzugreifen da sterbe ich lieber mann 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 Go von Nunu go den hat's kein Geld nicht so schnell Lass uns pushen Lass uns pushen Lass uns den E-Biter holen die Wain-Push botten vielleicht können wir ja Ende machen wenn die sollen wir einfach mal probieren ja komm Alter GG wir sind nur zu dritt ich hab noch gar keine Boots Lass uns einfach Ende pushen Lass uns den E-Biter holen wir mal probieren Lass uns den E-Biter holen wir mal probieren oh geht schon easy geht schon easy nein ihr seid schlecht, ihr seid schlecht alles eure Schuld ich hab's genau zu sehen Junge Lass uns den E-Biter holen wir mal probieren stundenloses Traurig verkaufen wir diesen Mist und kaufen uns jetzt ein Stundenglas Lass uns den E-Biter holen wir mal bei Wainer das kann Kiten Schuhe würde ich mal sagen wir haben gar keine Boots ja wenn ich die ganze Zeit schnappe Leute warum besetet ich dir nicht den Blue Bar wir können ihn da noch was hey wir können Nesha machen so ja kalt ihn ah ja Dunkin Master ich überlebe das komm OP-Port OP-Port rettet ja nein nein letzte Sekunde Razor wenn du dich ärgst go Alter dann schweiz dich scheiße ich fick dich ich fick dich so hart 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 bitte keine Kraftausdrücke ich fick dich so hart ich fick dich so hart ich spiel ich spiel ich spiel gerade mit dem 600er Ping aber wir machen einfach mal all in äh Bruder was macht der FB hallo Master in Star Master slow ping go nasher fucking Dunkin Master ganz ernst ganz ernst jetzt wenn du wieder lebst schießt mal deine Ulti auf Top 8 durch oh nein Alter Dieter Eben das ist so krass was der junge kann einfach nur ulti komm schon Peter ich vertraue in dir ach Peter ne schweizer das wäre auch zu viel verlangt gewesen das ja einige Peter hat immer noch keine Boots komm lass es jetzt Nasher eben machen Peter hat immer noch keine Boots ebenso zwischendurch ich hab gar nicht ich hab kein 2 ja wird schon nicht gesteilt nein er wird schon nicht gesteilt wenn ich eh wird Leute ja und aber der Rest kommt halt die Auerkarte ich mach schnell ich hab keins mal ich hab keins mal keins mal ok ich bin tot fuck my life ja was macht der da ey komm weiter alle Ultis wir werden ihn teilen töten ne komm die killt ihr wohl die haben keine Ultis den Darius den Darius jetzt können sie alle killen die Nasher könnt ihr machen schau doch nur los komm Nasher Lasher Lasher wir machen doch Leute und danach können wir Ende pushen Leute das war ein bisschen doof Leute wir den Nasher like a professional ich schaff das er kite den Nasher er kite den Nasher die 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 ja keine Ahnung auf jeden Fall die 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 K am besten werden die Gegner würden jetzt so Puschen und ich spiele T-Port und er will er aber immer so Wort umstellen noch 100 Reiferte mit 35 Prozent der Gewalt ich sage ich sagte hätte es nicht schafft hätten die Verlore aber ja Racer mit diesem Halting ist dich nein sie war nicht da lasst uns jetzt alle auf die Botlane gehen pushen ich habe keinen Nescher aber ihr ähm lohnt sich eigentlich so nass mit Nocturne ich bin da eigentlich verbrauchen das schon äh weil der Flash über die Walls zur Vayne war gottlich ja mein der Ulti Escape von ihr war auch gottlich ja alter ich sag's dir die Vayne zerfickt uns dann irgendwann irgendwann wenn wir nicht schon beendet haben Alter wir haben ältere halt hier haben Vayne was ist der Unterschied wir haben bei Leif so können wir jetzt gleich in Ruhe einfach Ende machen in Ruhe ähm unser Wii hat immer noch keine Guts wir haben nur 2 Tower verloren und zwar Bot und Top Tower so jetzt kommen alle zusammen ich kenne noch schon er hat die Waffe in der Stadt wieder fast wir ich hab hier ich hab die die ich ich hab alle so zu sein kommen die Rats ich hab mich jetzt extra vor der Blutdurster gekönnt komm 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 im Geld ey go 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 im Geld ey ah Tilsi so dumm ehrlich ja Tsi Ende machen Ende machen Leute ist es aus komm lass sie lass sie glaub ich auch jeder bei guck mal wo die Oriana ist Oriana will backdoor xp heite den Darius ja und furcht Prozent ich bin bei der Säcke heilig Oh ja, Oriana, äh. Sie ist gut, sie ist gut, die Oriana. Ich glaube, das war auch so, Leute, mein Spaß. Hey, da willst du diven, ich denke. Okay, warte. Ey, ich will auch mitmachen. Kannst du mal der Panther geben? Kannst du mal der Panther geben? Mach mit! Komm schon! Gib mir Panther! Ey, wie bö. Ey, locker wird der Kreis. Penteke! Nein. Oder? Doch. Uriana hat's verdient. Leute, die Deffen sogar noch. Wie, 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 jetzt verlieren wir. Wie wir jetzt verlieren. So, jetzt haben wir unser Stungelers. Ah, Iki-Tiki-Time! Warte mal, jetzt ganz kurz Ruhe, ich möchte ganz kurz erklären. So, Peter, ne? Hast du genug Gold für Homeguard? Hallo? Peter? 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 Ja, Peter! Stell da einen Ward hin, dann gehen die Base und execute dich. Renn aber durch den Jungle, okay? Klar, klar, ist gut. Xpiki! Xpiki! 2.0! Und klar, wir verkaufen jetzt sogar unser Item und kaufen uns 5 Wards! Ja, auch so ist ja, ja. Wirst es schaffen, wirst es schon. Okay, und ihr geht so lange zum Dragon, der Rest. Der Rest. Also 3. Ja. Na los, upmarsch. Peter? Hier war ein Ward. Ja, neu. Kein Wohle gesehen. Hat ein anderer ein Ward dabei von euch? Ja, ist der Lantern ready, Razer? Ja. Er rennt durch, ich war Dragon. Probierst du es. Schafft er nicht, die stehen da wie sonst nicht. Das geilste wär, jetzt stirbt der. Die acen uns, die machen Ende. Ja, Alter. Razer, hast du Flash? Nein, wo soll ich den hinsch, ich hab Ulti. Da, 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 einfach da hinsch. Da, 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 einfach da hinsch. Und dann stirb und dann... Renn! Renn, 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 Renn! Ich mach deine Slash-Shit! Wart einfach, Wart einfach, Wart einfach, Wart einfach. Stell den Wart hin, stell den Wart hin! Okay, jetzt lenken wir den ab. Ich sag dir, die kill jetzt nur in der Base. Pink Wart! Die Wixer! Die Wixer! Ich weiß, was wir vorhaben! Oh, Weltmeister! Ich spiel hier in der Spaß! Ich bin doof! Warte! Warum portest du dich denn da noch rein? Ich wollte dich alles kaputt machen! Egal, Alter, der war einfach anständig. Jetzt machen wir einfach anständig. Wir sollten nicht weiter trollen. Ich bin der gleich... Soll das ein Wort, das ist gut. Ich bin der gleich mit und hier rein. Ja, ich bin der gleich mit und hier rein. Ja, ich bin der gleich mit und hier rein. Ja, ey, der fast du flash? Nee, 45 Sekunden. Na, was hat man hier über die Wände da jetzt hier durchgehen und dann empfinden? Ja, ich bin der gleich mit. Ja, ich bin der gleich mit. Wenn wir jetzt alle wieder leben, dann gehen wir einfach rüber. Und dann... Ende. Der Schweizer hat nach 35 Minuten nach der Zweierboots. Ja, ich bin derzeit. Und dann geht das ja nicht mal extrem. Das war ja schon mal derfreien Doppel. Ich mache das, was ich sage. Aber ich habe das immer noch alt. Ich bin derzeit hier. Jetzt habe ich ein bisschen verfüggetan. Jetzt habe ich ein bisschen verletzt. Das war schon mal die Doppel. Und ich habe die Doppel zu sehen. Wenn die Doppel aufgerechtigt ist, mein Doppel. Na, ich habe das in meinem Doppel. Wir verlieren jeden T-Fat so weiter, ne? Ja, ich versteh nicht, warum wir da nicht einfach weggehen. Ja komm, mach Ende da, Razer. Oder... Alter, die kommen hinterher. Ich sag's dir, Junge. Nein, wir lenken die gerade ab. Das ist nur Oriano. Die könnt ihr killen. Oha, kailt ihr sie mit deiner Kuh. Ich komme. Halt drauf auf den Darius. Vielleicht über die Wand. Hey, wir! Leute, was hab ich da gemacht? Hey, hey! Razer stirbt. Nein! Komm, Alter, mach doch mal live! Komm schon, GG! Nein! Ich geh da jetzt rüber. Okay. Xpiki live. Warte, Xpiki live. Gewonnen hat nur Spaß. Alter, wie sollen wir das machen? Komm, komm, Alter, du brauchst so ein Hits drauf. Ein, zwei Hits. Geh mit deiner Ehe rüber, ich komm... oder warte. Komm! Ich soll schlafen! Renn einfach! Renn einfach! Bellen kommt! Lauf, Bellen! Headjump! Nein! Ja! Xpiki! Okay, Leute, ey, das war's. Ja, Katharina und so, den nächsten Champions in die Kommentare. Worauf ich Bock hab, den spiel ich. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt das Ganze einen Daumen hoch. Ja, ich hoffe, dass es besser von der Qualität und so. Und bis zum nächsten Mal. Abonnieren! Favoritieren! Abonnieren! Tschüss!